waschakin one man two balls hier mittlerweile komme ich mir im internet vor wie ein star denn ich habe zum ersten mal eine waffe gesigned für alle die das nicht wissen man gibt jemanden der im internet irgendwie auf youtube oder auf twitch ist eine waffe und name tag der nimmt die in sein inventar und schreibt darauf sein bei in meinem fall one man two balls ich kenne es beispielsweise von shroud dem cloud 9 spieler ziemlich cooler typ drückt auch krass ein persönlicher lieblings pro gamer in csgo ja ich habe das zum ersten mal gemacht beim mexikaner der hat mich gefragt ob er ob ich ihm einen nametag drauf machen kann auf seiner legal habe ich gerne gemacht ich wollte sagen wenn irgendjemand so was haben möchte ich freue mich darüber ich finde es cool ist wie so ein autogramm geben kommt man sich echt vor wie so ein kleiner star und das video hier ist nur ganz kurz habe ich wollte ich nur mal zeigen dass ich dann nicht irgendwelche waffen oder so abzocke so ein arsch bin ich nicht außerdem bin ich auf youtube ich würde damit meinen namen komplett ruinieren also ja das war eigentlich alles nur eine ganz kurze info viel spaß noch schönen tag one man two balls over and out peace ja und und Vielen Dank.